So. So. Ja, natürlich kann ich schon noch mehr machen. Das ist nur ein Beiwagen. Hat denn der Mann schon immer gehabt? Ja, der hat auch. Jetzt sind wir nachher ganz eingefahren. Vielleicht haben wir ihn auch schon abgeholt, das weiß ich nicht ganz genau. Der ist aber ganz normal, bis vor drei Jahren ist der auch mit dem Fahrtenverband hier. Das ist ja schon vier Jahre her, dass die gearbeitet wurden. Also bis vor vier, halb oder fünf Jahren ist der ganz normal immer mitgefahren. Da haben sie irgendein Projekt noch mit vor. Wir wollen es noch umbauen. Aber so richtig haben sich das noch nicht äußert. Und wie oft, wenn wir die kunst nicht aus dem Weg vor. Unsere goingssempfinden. Wo ist in der Nähe von 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 dem Oberfläche? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020